Herzlich Willkommen zum Hörspiel der besten Finanzbücher, deinem Podcast für mehr Finanzwissen. Mein Name ist Mariell und ich freue mich, dich heute zu einer neuen Folge Hör ins Buch Willkommen zu heißen. In diesem Format stellen wir dir in maximal 15 Minuten eines der besten Finanzbücher vor. Heute wird das Coconut Life von Nina Strohmann sein. Am Ende der Folge weißt du, worum es in dem Buch geht und ob es für dich geeignet ist und was du aus diesem Buch lernen kannst. Das Buch Coconut Life ist auf der Seite die besten Finanzbücher in der Kategorie Unternehmertum auf dem allerersten Platz. Der Titel mag jetzt auf den ersten Blick nicht total nach Unternehmen gründen und leiten klingen. Der Untertitel hat auf den ersten Blick auch nichts mit Unternehmer zu tun. Er heißt, warum du größenwahnsinnig sein solltest, um ein geniales Leben zu leben. Die erste und aus meiner Sicht absolut entscheidende Frage, die das Buch an dich als Leser stellt, ist, zu wie viel Prozent lebst du das Leben, das du dir wünschst? Und wie sehr bist du die Person, die du sein möchtest? Okay, das hat jetzt immer noch nichts mit Unternehmertum zu tun. Also schauen wir mal, worum es in dem Buch genau geht. Das Buch beginnt damit zu hinterfragen, warum du dein Leben überhaupt ändern solltest. Es erklärt, wie Zielsetzung für wirklich große Ziele funktioniert, wie man Zweifler und Hürden überwindet und wie man einfach da reinkommt, Dinge umzusetzen, anstatt immer nur zu träumen. Das Zentrale an dem Buch sind dabei die vielen Fragen, die Nina Strom an dir stellt und die dabei helfen, das eigene Leben und das Handeln zu hinterfragen. Neben dem Ziele setzen, erklärt das Buch auch, wie du deine Ziele dann auch erreichen kannst. Laut dem Buch ist das richtige Mindset das absolut entscheidende. Und das ist hier ein Thema, was in der engsprachigen Literatur schon total ausgeschlachtet wurde. In der deutschen Literatur und gerade von und für Frauen gibt es bisher echt nicht viele Bücher, die sich in der Form damit beschäftigen. Zumindest kenne ich sie nicht. Die Bücher, die sich eben damit beschäftigen, wie man das richtige Mindset erreicht, um ein erfolgreiches und vor allem glückliches Leben zu führen. Das Buch bleibt dann zum Glück auch nicht oberflächlich. Es sagt nicht nur, wie du denken, fühlen und handeln solltest, sondern es ist ein richtiges Arbeitsbuch. Es hat freie Flächen für Notizen und es schafft es durch die schon vorhin genannten Fragen, dass das Buch eben ganz individuell auf deine Situation passt und du es für deine Vorhaben nutzen kannst. Noch zu den Hard Facts des Buches. Das Buch hat ca. 160 Seiten und ist in sechs Kapitel eingeteilt. Es hat zu Beginn zusätzlich noch eine etwas ausführlichere Einleitung, die ja eben einfach beschreibt, was das Buch will und wobei es dir helfen kann. Besonders toll ist, dass der Text nicht einfach aussieht wie ein typisches Buch. Also es sind nicht einfach nur tausende Seiten vollgeschrieben von oben bis unten, sondern es gibt manchmal ganz kurze Absätze oder auch einfach nur eine Frage, die im Raum stehen bleibt. Und dann gibt es auch noch, wie gesagt, freie Seiten für Notizen und auch die Kapiteleinleitungsseiten, die sehen einfach schön aus. Außerdem gibt es auch farbige Überschriften. Also es ist auch ein Buch, was mir einfach mal ein bisschen anders aussieht als andere Bücher und dadurch auch total Lust macht, es durchzuarbeiten. Das fand ich total erfrischend und da hat es mir einfach Spaß gemacht, da durchzublättern und es liest sich auch einfach super schnell. Das Buch ist für 19,99 Euro auf Amazon zu haben. Für den Kindle kostet es sogar nur 8,99 Euro. Allerdings würde ich dir die Taschenbuchvariante empfehlen, denn dann kann man das Buch eben echt viel besser als Arbeitsbuch benutzen. Wenn du die Kindle-Version hast, dann musst du dir halt ein paar Zettel nebenhin legen. Geht auch, aber so kannst du dann das Buch auch danach noch mit dir rumtragen und hast deine Notizen immer mit dabei. Jetzt bleibt aber immer noch die Frage, warum wir dieses Buch in der Kategorie Unternehmertum eingeordnet haben und ob es überhaupt ein Finanzbuch ist. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es natürlich kein klassisches Finanzbuch. Allerdings ist es aus meiner Sicht absolut unerlässlich, zu wissen, was du vom Leben haben willst, wie du es erreichen kannst und wie das richtige Mindset dazu beiträgt, dass du den Erfolg, den du verdienst, auch wirklich haben kannst. Gerade wenn du ein eigenes Unternehmen als Teil deines Lebensglücks siehst, musst du einfach ganz genau wissen, was du willst und wie du alles schaffen kannst, wovon du träumst. Das Buch kann wahrscheinlich am besten in die Kategorie Persönlichkeitsentwicklung eingeordnet werden. Die gibt es aber auch den besten Finanzbüchern nicht und da die richtige Unternehmerpersönlichkeit für den Erfolg aus unserer Sicht unerlässlich ist, haben wir es dann in die Unternehmen-Kategorie eingestellt. Und gerade für mich als Frau hat das Buch auch einfach einen totalen Push gegeben und mir ganz konkrete Tipps an die Hand gegeben, wie ich zu meinem eigenen Warum komme und dieses Warum dann auch in die Praxis und eben die Gründung meines eigenen Unternehmens zusammen mit Mike einbringen kann und wie ich dieses Warum auch einbringen muss, um wirklich Erfolg haben zu können. Damit du dir den Schreibstil von dem Buch noch ein bisschen besser vorstellen kannst, möchte ich noch einen kleinen Absatz vom Beginn des Buches vorlesen. Es geht hier darum, warum das überhaupt, also warum dieses Buch und was kann es dir geben. Viele Menschen kommen zu mir und möchten Veränderung. Die gute Nachricht ist, sie ist möglich. Alles, was sich deine Seele wünscht, ist möglich. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Veränderung nicht vom Himmel fällt. Sie kommt dann, wenn du bereit bist, etwas dafür zu tun. Das ist wie bei einem Sportler. Keiner glaubt ernsthaft, dass er morgen einen Marathon gewinnen kann. Dafür muss er trainieren. Nicht einmal in der Woche, sondern jeden Tag. Komme, was wolle. Sind wir ehrlich, viele sind nicht bereit, das zu investieren. Sie wollen den Erfolg ohne die Arbeit. Sie probieren mal ein bisschen hier und da und wenn es nicht klappt, schmeißen sie frustriert das Handtuch. Das Leben ist halt doch kein Ponyhof, sagen sie sich. Das hat fatale Auswirkungen. Denn es unterstützt die Ohnmacht, die Verzweiflung. Deinen Weg zu gehen erfordert absolute Entschlossenheit von dir. Die Bereitschaft, jeden Tag die Arbeit zu tun. That's what it takes. Außerdem möchte ich noch einen kurzen Abschlussabsatz sozusagen vorlesen. Und zwar, dazu passend, gibt es noch einen schönen anderen Absatz, den ich toll finde, den man auch einfach verinnerlichen sollte. Den lese ich auch einfach noch kurz vor und möchte ihn gerne auch einfach genauso stehen lassen. Keine Zeit, kein Geld und die kleine innere Stimme, die dir sagt, das Leben sei kein Ponyhof. Du solltest mit dem zufrieden sein, was du hast. Die Sache ist die, wenn du nicht bereit bist, dich und deine Träume ernst zu nehmen und alles, absolut alles dafür zu tun, um diese ins Leben zu bringen, wirst du sie nicht erreichen. Und das ist völlig okay, solange das für dich in Ordnung ist. Verstehe mich richtig. Es geht nicht darum, der Welt zu beweisen, dass du es drauf hast. Es geht darum, deine Wünsche und Bedürfnisse zu respektieren und es zu wagen. Mutig, kühn, entschlossen. Bleibt die Frage, wagst du es? Verlässt du das ruhige Fahrwasser, die Sicherheit und stürzt dich in das volle Leben. Heute, nicht morgen. Ich denke, die beiden Einblicke verdeutlichen schon ganz gut, wie motivierend dieses Buch sein kann und was es eben auch dazu beitragen kann, dass du dein eigenes Unternehmen gründen kannst und das eben auch zum Erfolg führen kannst. Damit sind wir am Ende von diesem kurzen Einblick in das Buch Coconut Life, warum du größenwahnsinnig sein solltest, um ein geniales Leben zu leben, angekommen. Wir freuen uns über deinen Kommentar, wie dir die Folge oder auch das Buch selbst gefallen hat, falls du es bereits gelesen hast, natürlich. In den Shownotes verlinken wir für mehr Details auch nochmal die dazugehörige Seite auf den besten Finanzbüchern. Und damit verabschiede ich mich für heute und freue mich, wenn du bald wieder mit uns in ein Buch reinhörst. Dankeschön und bis zum nächsten Mal bei den besten Finanzbüchern, deinem Podcast für mehr Finanzwissen. Euer Christian Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020